Die Welt der römischen Imperatoren Lassen Sie auch einmal den Mietwagen stehen und machen Sie eine kleine Bootstour durch Venedig. Genießen Sie die romantische Atmosphäre dieser prächtigen Stadt. In Pisa finden Sie eines der außergewöhnlichsten Bauwerke, den berühmten schiefen Turm von Pisa. Fahren Sie die wunderschönen Straßen entlang des Gardasees und genießen Sie die grenzenlose Freiheit in Ihrem Mietwagen. Strandurlauber und Sonnenanbeter finden auf Sizilien und Sardinien die perfekte Ausgangslage, traumhafte Strände und schönstes Urlaubswetter. Fahren Sie sicher auf den Straßen Italiens mit einem Mietwagen von AutoEurope. Weitere Informationen finden Sie auf www.autoeurope.de